Mit einem begeisterten Empfang haben rund 1800 Fans im Wetzlarer Einkaufszentrum die hessischen Handball-Europameister Janik Kohlbacher, Steffen Veth und Andreas Wolf begrüßt. Ich hätte gehört, dass hier einiges los ist, aber dass doch so viele Leute kommen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, die Läden hier im näheren Umkreis der Bühne sind, glaube ich, nicht zu betreten aktuell. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Wir haben das ein bisschen mitgekriegt über das Internet, aber so wie es jetzt hier zum Beispiel war, das hat man natürlich nicht mitgekriegt, dass es dann so eine große Euphorie ist. Aber umso schöner ist es, das jetzt zu sehen. Der Triumph der deutschen Nationalmannschaft war nicht vorhersehbar. Keiner hatte das Team als Sieger auf der Rechnung. Doch es hat sich um den überragenden Torhüter Andreas Wolf in einen Rausch gespielt und von Partie zu Partie gesteigert. Ja, der Geistermannschaft war eben dieser Zusammenhalt. Und Dago hat uns von Anfang an so eingeschworen. Wir bezeichnen uns selber als Bad Boys in Anlehnung an die NBA-Mannschaft. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in den 80er Jahren, die eben auch nicht die größten Stars hat, aber das legendäre Bulls-Team um Michael Jordan schlagen konnte. Eben weil sie ein bisschen mehr gekämpft haben als die anderen. Weil sie eben auch mal dreckig wurden, als es angebracht war. Und genau das Gleiche hat uns auch ausgemacht. Genau das Gleiche haben wir auch an die Platte gelegt. Ich glaube, wir haben die meisten Fouls begangen und die meisten Strafen bekommen in diesem Turnier. Aber natürlich alles im Rahmen der Fairness. Und ich denke, dass wir diesen Sieg wirklich erarbeitet haben, erkämpft haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir haben von Spiel zu Spiel gedacht. Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben, hatten einen riesen Teamgeist. Und für so eine junge Mannschaft ist es wichtig, dass das Selbstvertrauen immer mehr kommt. Und das kam und kam und kam. Und so haben wir das dann geschafft. Nach dem nervenaufreibenden Turnier, einer durchgefeierten Nacht und einem großen Empfang in Berlin präsentierte sich das Trio vom Bundesligisten HSG Wetzlar gut gelaunt im Einkaufszentrum. Der Eintrag ins goldene Buch der Stadt Wetzlar durfte natürlich nicht fehlen. Im Moment habe ich überhaupt keine Gedanken. Wir sind ja von Termin zu Termin unterwegs und hatten auch überhaupt keine Zeit, mal ruhig auf der Terrasse zu sitzen und das alles sacken zu lassen. Im Moment ist es natürlich einfach großartig, weil wir eine geile Mannschaft haben. Wir haben uns eigentlich alle in den Handball-Olymp gespielt. Und es ist einfach überragend. Und ansonsten, man merkt es sehr schwer, in Worte zu fassen. Man hat gesehen einfach, dass viele Spieler Verantwortung übernommen haben. Und ich meine, wir waren jetzt 16 bzw. 18 Spieler mit den Nachrückern. Jetzt haben sich alle jetzt vier Wochen lang den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, also ich bin da stolz, dass wir einfach so eine geile Truppe beieinander hatten. Im Anschluss verteilte das Trio auch noch fleißig Autogramme. Das nächste sportliche Ziel ist auch schon klar. Durch den EM-Sieg hat sich das Team von Dagur Sigurdsson direkt für die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert. Dort könnten unsere EM-Helden dafür sorgen, dass das Wintermärchen bis in den Sommer ausgeweitet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017